Musik Ich mache schon immer etwas Besonderes. Der frische Atem eines jungen Mädchens am Morgen, sich in den jungfräulichen Kissen räkeln, im weißen Baumwollhemdchen, auf nackten Füßen ins Bad getrüppelt und die kleinen Brüstchen waschen. Die wurden verprügelt, ich hab das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Ich baue meinen Wohnwagen mit Bettina. Soll ich Ihnen jetzt im Detail erzählen, was passiert ist? Ich bitte darum. Wir haben gefögelt. Zufrieden? Geh! Musik Musik